A visually exciting way to start a better, healthier and faster typing experience is finally here. Ich weiß nicht. Hi, ich bin Janos. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein Keyboard, das nicht nur ein wenig anders ist, sondern richtig anders. Ihr könnt das Ganze auf Indiegogo unterstützen. Ich habe es schon hier. Ich habe es jetzt seit zwei Wochen da. Und kann es dir heute vorstellen. Xplus hat mich vor einigen Wochen angeschrieben und hat gesagt, wir bringen ein neues Keyboard heraus. Das Wikiboard. Wir würden es dir gerne zuschicken. Es ist etwas außergewöhnlich. Schau es dir hier auf ein paar Bilder an und sag uns dann, ob du es mal haben möchtest zum Testen. Ich habe in purer Euphorie, möchte ich sagen, Ja gesagt. Und habe gesagt, ja klar, schick mir das zu. Ich schaue es mir an. Weil es hat einige Gemixte, die ich dachte, will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gehen wir erst mal Schritt für Schritt durch, was ich da bekommen habe. Und dann gehen wir darauf ein, warum das so ist, wie es ist. Das Wikiboard kommt in einem fast Hartschalenkoffer daher. Das ist schon zum Reisen wie gemacht. Also wenn das Board später nicht mehr da drin sein sollte, ich nehme es auch auf Reisen ganz normal so mit. Hat was auf jeden Fall. Im Lieferumfang des Boards ist auf jeden Fall auch ein Switch-Puller drin. Wir haben noch vier Ersatz-Keycaps mit drin. Und wir haben ein USB-C auf USB-A-Kabel drin. In so einem netten, verschlossenen Bereich. Das heißt, mit einem Reißverschluss haben wir hier verschlossen drei einzelne Compartments, drei einzelne Fächer und ein großes Fach, wo wir nochmal Kabel oder Zubehör irgendwie reinmachen können, wenn wir selbst noch was mitnehmen. Soweit, so gut. Gut, dann haben wir hier im Hauptfach das Board drin, geschützt mit einer dicken Schicht Schaumstoff. Das ist alles schön und gut. Und dann kam bei mir das totale Gefühlschaos, als ich das erste Mal das Board gesehen habe. Die Farbe war mir nicht bewusst, welche ich da bekomme. Und was dann kam, hat mich wirklich sehr überrascht. Das Case ist erstmal komplett ein massiver Block Acrylglas. Da ist nichts zu machen, da ist nichts zu wackeln. Mit dem Ding kannst du wirklich, ich würde sagen, du kannst da mit Nägeln in die Wand schlagen, aber wahrscheinlich bricht dann eher noch das Acryl durch. Aber es ist wirklich sackehart, möchte man so sagen. Das Board hat aber noch mehr zu bieten. Und ob das alles so gut ist, darfst du selbst entscheiden. Ich stelle es dir erstmal vor und sage dir dann am Ende so meine Gedanken dazu. Wenn wir auf das Board erstmal drauf schauen, sehen wir, dass es sehr transparent ist. Das heißt, wir haben ein transparentes Case. Das ist leicht blau, kompletter Acrylblock. Und das Format der Tastatur fällt auch direkt auf, ist ergonomisch. Das heißt, wir haben so ein V-Styleboard, das natürlich daher kommt, dass das Thema Sehnscheidenentzündung in aller Munde ist. Wenn wir über Tastaturen reden und gerade über mechanische Tastaturen, da kommt es ganz oft, wieso mache ich das eigentlich und warum verschiedene Höhenprofile und, und, und. Es sind ganz, ganz viele Leute, ich kenne auch einige davon, sind betroffen, wenn man ganz, ganz viel am Schreibtisch sitzt und ganz, ganz viel tippt, dass man mit einer falschen Handhaltung da sitzt eigentlich vor der Tastatur, vor einer geraden Tastatur und dann sich quasi selbst die Sehnen einklemmt und dann kommt es zur Sehnscheidenentzündung, weil du einfach eine sehr, sehr ungewohnte Haltung von deiner Hand hast, dann auch den ganzen Tag am Tippen bist. Das kann zu Schmerzen führen. Teilweise haben dann die Leute so Schienen extra an, die das so ein bisschen gerader hält. Da gibt es verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Und ich habe für mich auch gemerkt, seitdem ich im mechanischen Keyboard-Sumpf versunken bin, dass es für mich auch optimalere Keyboards gibt, optimalere Handhalterungen gibt. Ich bin mit dem Alice-Style oder diesem V, diesem leicht ergonomischen, komme ich nicht auf Dauer klar. Ich wechsle ganz, ganz häufig Boards. Da hinten sieht man auch einige von meinen Boards da stehen. Ich mag gerade Boards lieber. Ich tippe leicht schwebend, habe aber manchmal doch aus reiner Faulheit dann doch die Handballen auf der Handballenauflage. Normalerweise ist die nur zum Ausharren. Das heißt nicht während dem Tippen. Tippen sollte man schwebend. Das ist rein ergonomisch der Faktor. Hier haben wir also transparentes Case und diese ergonomische Anordnung. On top hat sich die Firma X Plus dahinter überlegt, wir machen jetzt nicht nur ein ergonomisches Keyboard, sondern wir machen das auch noch in einem orthogonalen Stil. Was heißt das? Wir kennen Keyboards alle so, dass die Tasten versetzt zueinander sind. Das heißt, je nachdem in der Reihe Q und dann A sind nicht Press untereinander, sondern Q ist ein bisschen weiter links und A ist ein bisschen weiter rechts. Zwischen A und S oben ist dann das W. So kennen wir Keyboards, dieses leichte Versetze. So wachsen wir damit auf, so lernen wir tippen. Genauso mit den Tastaturen. Gerade Form haben wir, kennen wir von Notebooks. Das ergonomische, dieses V-Stil ist eine Umstellung. Ich habe es auch mit dem Alice Type Keyboard von Keychron probiert. Das hat funktioniert. Das hat so eine Woche gedauert ungefähr, bis ich da auch weiter blind nochmal tippen konnte. Aber dieses Doppeln, dieses ergonomische Design, dieses V-Design und noch zusätzlich das Orthogonale Layer, wo alle Tasten Press übereinander sind. Das heißt, ich habe in dem Fall Z, A, Q übereinander, W, S, X übereinander, E, D, C übereinander. Das ist für dein Gehirn eine massive Umstellung. Ich hatte auf monkeytype.com, das ist so meine Seite, wo ich immer durchteste, komme ich gerade mit einem Profil besser oder schlechter klar, wie sehr verändert die Switch-Wahl und auch die Keycap-Wahl, die Profilwahl, mein Schreibverhalten und meine Fehlergenauigkeit oder dass ich eben Fehler mehr vermeide. Ich kam hier gerade mal auf so 15 bis 20 Wörter pro Minute. Ich bin wirklich sehr, sehr am Kämpfen, das Board meinen ganzen Tag zu benutzen. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Das ist der Weg, um gesünder und vor allem schneller zu schreiben, Das unterschreibe ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass durch das Ergonomische, klar, dann habe ich die Hände hier gerade, die Handgelenke gerade. Das ist auf jeden Fall, was es ergonomisch macht. Das orthogonale Design habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich blende euch auch gerne mal so einen Wikipedia-Artikel dazu ein. Es gibt Leute, die lieben orthogonales Layout, auch quasi auch gerade, nicht ergonomisch geformt, weil du einfach alles übereinander hast. Das ist auf Dauer wohl, kann man damit besser und schneller schreiben. Für mich ist es auch gerade nach jetzt zwei Wochen Erfahrung ein Horror regelrecht auf dem Ding zu schreiben. Und X Plus hat sich jetzt hier gedacht, okay, wir machen jetzt orthogonal, wir machen den V-Stil hier und wir machen zusätzlich noch transparente Tastenkappen da drauf. Das ist das, wo ich wirklich kämpfe. Ich habe hier sehr, sehr eigene Größen von Tastenkappen. Das heißt, ich habe hier auf der rechten Seite selbst die Delete-Taste, ist nur ein Unit groß, also so groß wie alle normalen Buchstaben. Das blind zu finden, wenn man sowieso schon gerade Designs normalerweise gewohnt ist, ist jetzt orthogonal und ist noch ergonomisch geformt. Die Taste überhaupt zu finden, ist echt schwer. Dann ist die nicht mal größer wie normale Tasten. Das heißt, du hast auch kein haptisches Feedback darüber, ob das jetzt gerade die richtige Taste ist oder nicht. Das macht es schwer. Und mein Ursprungsgedanke war gar kein Problem. Dann mache ich einfach anderes Keycap-Set drauf. Dann habe ich aber ganz viele Tasten. Gerade in der Mitte habe ich noch zusätzliche Tasten. Die sind gar nicht in der Größe im Standard in jedem Set da. Das heißt, da habe ich auch nochmal ein Problem. Das ist aber sehr bezogen auf genau das Board, das ich hier habe. Wenn ihr auf Indiegogo jetzt drauf schaut, auf die Kampagne, dann könnt ihr sehen, dass ihr verschiedene Case-Farben, verschiedene Keycap-Farben bestellen könnt. Könnt euch euer Board genau so zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Und das ist auch wichtig, denn das ist nur der eine Blick, den ich im Moment darauf habe. Ihr könnt euch die anderen Designs anschauen. Ich blende euch auch mal andere Designs ein. Da ist es natürlich nochmal einfacher zu sehen. Da das Board aber eben auch beleuchtet ist, und das macht es dann nochmal spannender, wenn ich das nämlich jetzt mal anmache, das Board, dann leuchtet das ganz, ganz viel. Wenn ich hier mal drauf tippe, dann seht ihr, die Tasten leuchten jetzt. Und ich habe die Beleuchtung noch weit runtergestellt. Das kann auch viel, viel heller werden. Aber ich sehe dann gar nicht mehr die Legenden. Die Legenden in Wagenfarbe, das heißt die Legenden in demselben Blau da aufzudrucken, auf transparente, leicht milchige Tasten, oben drauf, das auf dem Acrylboard zu machen. Ich nehme gar nicht mehr wahr, wo welcher Buchstabe ist. Durch das orthogonale Design ist mein Gehirn noch gar nicht mehr imstande, zu merken oder selbst zu visualisieren, wo jetzt gerade welche Taste ist. Das macht es für mich unglaublich schwer, auf diesem Board zu tippen. Ich würde dir gerne, ich würde auch gerne x plus was anderes sagen, aber die Erfahrung, die ich mit dem Board gemacht habe, ist, es ist interessant. Es ist bestimmt für manche Leute interessant, die sich darauf einstellen wollen, die den Preis dafür zahlen wollen. Der Preis, den blende ich dir hier auch nochmal ein. Es ist bestimmt was, wo man sich darauf einlassen kann. Ganz wichtig ist aber, Klarheit, Kontrast, das ist das, was ich, wo ich immer drauf schaue, auch gerade, weil ich ganz viel im Bereich User Experience, User Interface Design unterwegs war, die letzten Jahre, dass es einfach klar erkennbar ist, ist für mich unglaublich wichtig. Das heißt, ich habe hier, ich könnte auch ohne Legenden hier drauf arbeiten und würde nicht besser sein oder nicht schlechter sein, als es jetzt im Moment der Fall ist. Ich weiß auch nicht, rein visuell, das Logo mit diesem Blau-Rot dann so offensichtlich auch zweimal ganz groß da oben drauf zu machen und das ist offensichtlich kein Aufkleber, den ich gerade mal abmachen kann, ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Muss es so offensichtlich sein, meiner Meinung nach nicht. Aber ganz wichtig, mach dir deine eigene Meinung. Schau dir das Board mal an und die Leute, die in meiner Telegram-Gruppe drin sind, unten in der Beschreibung ist der Link dazu, die können sich das Board hier, das ich hier habe, auch gerne mal ausleihen. Ihr wisst, ich habe das in meiner Telegram-Gruppe, handel ich das so, dass wer mich anschreibt und wer auch ein bisschen aktiv ist in der Community, das ist so ein bisschen auch Vertrauensbasis logischerweise, kann sich Boards bei mir gerne ausleihen, die ich da habe, einfach um selbst mal herauszufinden, ist es was für mich, ist das Layout was für mich, spezielle Switche ausprobieren, Tastenkappen ausprobieren, können wir immer gerne machen. Das gilt auch für dieses Board. Ich werde es behalten und ich werde es dann munter verleihen, wer es denn haben will und vielleicht auch irgendwann verkaufen oder verlosen. Die Frage ist, wer will das haben? Das ist die Frage, die ich mir auch als, aus meiner Erfahrung mit Produktmanagement und Markteinführung einfach stelle. Für wen wurde dieses Board designt? Rein von den Features her liest sich das Board eigentlich wie so viele andere Boards aktuell auch. Du kannst dich über Bluetooth mit mehreren Geräten koppeln und die Profile dann so abspeichern. Du kannst über das USB-C-Kabel dich ganz normal mit deinem Computer oder auch mit deinem iPad, mit deinem Tablet verbinden. Das sind die Anbindungsmöglichkeiten. Du kannst die Switches austauschen, das Board ist komplett hot-swappable. Du kannst deine eigenen Switches so drauf machen, wie du es möchtest und du kannst auch die Tastenkappen logischerweise austauschen, wenn du ein Set hast, das alle Tasten hier so abdeckt. Du brauchst die ganz kleinen Leertasten, du hast in der Mitte nochmal Sondertasten und ansonsten sind auch andere Tasten gefühlt nicht im Standard. Gerade das oben, das Delete, ist eben nicht der Standard, so wie man es bei anderen Boards, bei anderen Sets hat. Ansonsten wäre auch ansi.de durchaus eine Variante, musst du dir aber nochmal anschauen. Was ist das, Mich interessiert jetzt brennend, was du dazu denkst. Findest du eins von den Features besser oder findest du wirklich so ein Board mit allen Features, die irgendwie auf Gesundheit und Schnelligkeit gehen, gut? Würdest du sowas ausprobieren? Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und schau dir auf jeden Fall auch bei X Plus auf der Homepage, auf der Website und bei Indiegogo die Kampagne an. Schau dir die anderen Farben an, ob das was für dich ist. Und wie gesagt, in der Telegram-Gruppe kannst du gerne mich ansprechen und das Board auch mal ausleihen. Also, das war's schon. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Bis dann und ciao.